Good morning from Florida and welcome to day 11 11 11 ist ganz schön eklig hi wir sind im nirgendwo mitten in den Everglades ich drehe mich mal gerade einmal so um das ist die Mikuzuki Tankstelle Mikuzuki Tankstelle der Treffpunkt wo sich hier die sämtlichen Motorradfahrer und alle anderen Menschen treffen um noch mal zu tanken und essen und trinken zu kaufen und wir stehen hier gerade und haben was gefrühstückt und ich wollte euch mal unseren neuen Freund zeigen Hi der chillt hier so ein bisschen ja Thomas hat gerade eben hier locker flockig drüber geguckt und sich erst mal mega erschreckt weil er hier einfach rumchillt der Kollege wir stehen vor einem Zaun da ist der Zaun der geht aber nur bis da und alles andere da hinten ist halt nicht eingezäunt aber die sind hier ganz entspannt die Chiefs und chillen hier ab und gucken ob wir heute noch ein paar sehen und genau ich drehe mich mal gerade noch mal damit ich wieder in die Kamera schauen kann ich habe nämlich keine Sonnenbrille an so für uns geht es jetzt weiter wir machen heute eine Everglades Tour absolutes Highlight freuen wir uns schon die ganze Zeit drauf auch das zweite Mal dass wir das machen aber alles was wir ja als so unfassbar gut empfunden haben wiederholen wir einfach diesen Ruhl auch noch mal und deswegen geht es jetzt für uns weiter wir haben noch eine halbe Stunde Fahrt dann sind wir beim wie heißt er? Billy Swarm Safari ich vergesse den Namen immer und dann machen wir erst eine geführte Safari im Auto in so einem Bus das ist total cool und später geht es dann aufs Wasser mit dem Airboot und da freue ich mich natürlich mega drauf wir nehmen euch mit und bis später sind wir da? Wir sind da! Wir sind da! Wir müssen mal festhalten wie unfassbar schön dieser Weg den wir fahren ist rechts und links liegen Alligatoren im Wasser Kühe sind hier überall so abgefahren wir haben ein bisschen was von Afrika guck mal rechts kommen Kühe ich habe schon ganz viele kleine Alligatoren hier an der Seite liegen sehen ich bin mir aber sicher dass das links ist habe ich rechts gesagt oh wie peinlich das ist ein typisches Frauen Ding wieder ich muss mich auch auf die Straße konzentrieren stimmt so wir sind jetzt hier wir gehen jetzt zum Airboot fahren und danach fahren wir mit dem Swamp Buggy Safari Tour Safari Tour Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis zum nächsten Mal. 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 Und gut? Dann würde ich sagen, wünschen wir euch einen schönen Abend und sind raus für heute. Bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.